Ladies and Gentlemen, the President of the United States and the First Amendment. Ganz herzlichen Glückwunsch also am heutigen Tag. So ne Feier wünscht man sich bei uns auch mal, zum Beispiel bei der nächsten Bundestagswahl. Zum Schluss noch was witziges, auch wenn's bloß Quatsch ist. Can't touch this. Wir blicken zurück auf das, was Deutschland bewegt, auf das, was überall passiert, während die Woche vergeht. Sieben Tage lang News, die Welt der Nachrichten lebt. Wir blicken zurück auf das, was täglich so geht. Wir blicken zurück auf das, was Deutschland bewegt, auf das, was überall passiert, während die Woche vergeht. Sieben Tage lang News.